Was machst du, wenn es in einer Bucht doch mal zur Eskalation kommt? Ja, die erste Maßnahme ist sofort die Gruppe trennen. Das ist die allerwichtigste Maßnahme, so viele Reservebuchten zu haben, dass jederzeit in der Lage ist, die Gruppe einfach in der Mitte zu trennen. Dadurch reduziere ich schon mal den Druck auf die Opfer enorm, weil ich Opfer und Täter in der hohen Wahrscheinlichkeit trenne. Der nächste wichtige Part ist, ich muss soziale Ablenkung schaffen. Sehr gut funktioniert das, wenn ich die Buchten trenne und zwischen zwei andere intakte Buchten stelle. Wir haben ja viele Böcke hintereinander und über das Sozialgitter oben haben sie soziale Kontakt mit Nachbarbuchten. Durch dieses Umwerfen der Sozialstruktur in der eigentlichen Buchte habe ich eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass Beißen wieder aufhört. Des Weiteren haben wir tolle Maßnahmen. Wühltorf, wir haben Fischmehl da, wir haben Beschäftigungsseide da, wir haben Spieligel da. Und das alles zusammen muss ich dann halt in einer hohen Intensität bringen, bis ich sehe, dass es gestoppt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020